Ich habe einen geisteskacken 96 plus Tottspieler aus The Rikinic gezogen. In diesem Video seht ihr Rang 1 Rewards, ihr seht Rang 3 Rewards, 11 Siege Rewards. Ihr könnt euch selber in die Kommentare schreiben, welcher Rang für euch am besten war. Ich habe euch aussichtlich nicht den Titel gespoilert, damit ihr sagen könnt, okay, zieht der jetzt das Beste oder der jetzt das Beste? Guckt auf jeden Fall von Anfang bis zum Ende, das ist sehr, sehr wichtig. Pusht die Watchtime, damit das Video hochgeht. Ich sag mal so, es ist ein Million plus Spieler, 96 plus, mehr könnt ihr euch geben. Lasst uns versuchen, auf das Video die 1000 Likes zu schaffen und ihr seid die Besten. Und Freunde, einfach mal kommentieren, 1000 Likes bei Geisteskacken, abonniert den Kanal und jetzt viel Spaß. Und jetzt gehen wir in die Rang 1 Rewards rein, 20 zu 0 der Rikinic und mal gucken, was wir ziehen. Und hier sehen wir nochmal die Rang 1 Rewards, was man dafür genau bekommt. Wir haben 1 von 4, 84 plus Picks, 4 mal und danach 1 von 5 Bundesliga-Tots, 3 Stück davon. Also sag ich ehrlich, in diesen Picks will ich auf jeden Fall mindestens einen Tots haben. Einer wäre mindestens gerechtfertigt und ich sage einfach nichts und wir gehen rein mit R3. Okay Freunde, ich habe X gedrückt, erste Karte, ob wir einen Tots ziehen, weiß ich nicht. Aber wäre auf jeden Fall geil. Erste Karte, 86, das könnte der Tots sein. Ne, Van Dijk. Okay, Nummer 2. Nein, Nummer 3. Nein, Nummer 4. Ne, okay, aber 90er nimmt man mit. Das ist immer ein gutes Rating für Futter. Wir machen weiter mit dem nächsten Pick. Ich fange an mit dem dritten. Komm, Otz, kein Tots, kein Tots, kein Tots, kein Tots. Ist das bodenlos, 85 ist der Beste. Ihr sucht nach den günstigsten und sichersten FIFA-Coins, dann checkt aimer um AX4. Hier bekommt ihr die günstigsten und sichersten FIFA-Coins mit dem Code ENSER nochmal 5% Rabatt. Also gönnt euch erster Link in der Videobeschreibung. Weiter geht's mit dem nächsten 1 von 4. Das kann ja nicht wahr sein, EA, man. Chat, eins in den Chat, wenn ihr sagt, da kommt ein Tots. Zwei in den Chat, wenn ihr sagt, da kommt keiner. Ich sag, hier kommt einer. Ich sag, hier kommt einer, Chat. Hallo, YouTube, hallo, YouTube, Leute, ihr seid auf jeden Fall da, Jungs. Wir sind jeden Tag um 20 Uhr live auf Twitch, falls ihr sowas auch live sehen wollt. Fram vorbei auf Twitch. Ich würde sagen, ein öffnen wir nochmal. Okay, 3, 2, 1, komm, on, EA. Einen Tots. Ist das bitter, Alter. Okay, wir haben den letzten Pick. Wir haben bis jetzt, also bis jetzt ehrlich, Katastrophal. Ich sag euch auch mit ehrlich, da hole ich lieber 8 Siege und verschenkt 12 davon. EA Sports, einmal R3 noch. Einen Tots. Einen Tots. Einen Tots. Das ist so frech, ne? Das ist so frech. Das ist geisteskrank. So, Freunde, wir gehen in das nächste Pick rein. Eins von fünf Bundesdiatots. Bellingham. Musiala. Oh, dann Kuku kann reinkommen. Junge, ich bin gespannt. Wir drücken R3, Freunde. Wir drücken R3. Und ich hoffe einfach, dass ein geisteskrank reinkommt, weil das uns jetzt ehrlich betrifft. 96 Dribbling. 93 Passen. 90 Schuss. Ah, shit. Brand. F. Nummer 2. Das ist Kobel. Nummer 3. Ist das bodenlos. Oh mein Gott. Füllkrug. Nummer 4. 94 Dribbling. 87 Pass. 90 Schuss. 95 Tempo. Cola Moani. Ist das bodenlos, Shed, Digga. Wir haben noch einen Pick. Wir haben noch einen Pick. Ich hatte letztes Jahr genau aus dem letzten Pick. Dieser fünfte Spieler war ein Kunku. Ey, mach ein Comeback mit dem Kunku. Oh mein Gott. 98. Ja. Oh, okay. Was kostet die Abi? Ist eigentlich Will, Alter. 800 K, oder? Die Abi ist stark, Shed. 800 K nicht mal mit. Ist das okay, oder? Auf jeden Fall geil, Shed. Wir nehmen jetzt Füllkrug. Nein, Spaß. Jungs, seid mal ehrlich. Denkt ihr, wir ziehen noch was Krasses vom Gefühl her? Wie ist euer Gefühl? Ich weiß, wie es bei euch ist, aber ich habe irgendwie voll der Musialer. Würde mich Kylie Jenner jetzt ansprechen? Ich würde sie kommen. Ich war noch nie in meinem Leben so aufgeregt wie bei diesen Picks. Oh mein Gott. Bitte, EA. Bitte. Da muss doch was kommen, Alter. 91. Ist das? Junge, schon wieder La Crocs, Alter. Einfach La Crocs. Äh. Virtual Distanzienus. Einfach Kabel, Digga. Was ist das? Nummer 3. Das sind die schlechtesten Wursts, die ich in meinem Leben gesehen habe. Das ist so schlecht, Mann. 92, 89. Ein dickes, 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 dickes F in den Chat. Alter, ist das krass. Ich sage Schlotterbeck, danach sage ich Hoffmann. Was? Hey, Mann. Halt auf, mir zuzuhören, Mann. Was geht ab, Alter? Nein. Polo Moani. Das sind Bruch-Rewards. Freunde, wir machen weiter mit dem 50-Cup-Bick, ohne noch viel zu reden. Und jetzt kurz auf diesen Packing-Tradable-Tots. Nee. EA will einfach nicht gönnen. EA will einfach nicht. Oha, ich habe Costa gezogen. Krasse, das ist gerade. Jetzt kommt das 125-Cup-Bick. Diese Packsen, größter Bruch gewesen. Ja, wer ist das? Janssen, oder was? Der ist halt vier Wochen im Packing. Was hat er gemacht? Hat er in der fünften englischen Liga ein Tor gemacht, oder was? Dass er Man of the Match bekommt. Okay, Freunde, das letzte 125-Cup-Bick. Danach haben wir das 84 mal 5. EA, bitte, gell, ein Tots, bitte, EA. Schon wieder, wenn ich wieder Janssen ziehe, dann ziehe ich mich aus. Ja, Linelöf. Okay, Freunde, 84 mal 5, könnten wir uns den Tots bringen. Okay, ich gehe rein, bitte. Tots-Animation, bitte. Oh, Prime ist auch kostenlos, ja. Freunde, also, was soll ich euch sagen? Rang 1-Übers. Lol. Was geht das überhaupt? Unsere allerletzte Chance, um den ganzen Bruch aufzuheben. Oh mein Gott, Davis. Was kostet der? Eine Million Save. Eine Million Save. Ich öffne mal diese Packs ganz normal, weil da wird eh nichts kommen. What? Fallabilla-Tots. Fallabilla-Tots. Warte, Rainbow, hast du gesehen? Schreib nicht rein, Rainbow. Wer ist das? Was? 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 Ich schwöre, es sind im Winter, Junge. Das ist der originale Beweis dafür, dass Rang 1, Rang 11, Rang 5 keinen Unterschied haben. Junge, was? Junge, was? Wer ist das? Sag mir nicht den Kunkumura. Ich kann das nicht mehr. Hä, wie 75 Schuss? Rimpong. Ist okay. Ist okay, Chat. Was kostet 500 Tauch, oder? Unser Typ. Äh, äh, äh. Wie ist das? Achso, ich dachte, Tots Moments. Amoratschacht. Wir werden einfach jetzt nur schieben, ne? Also ohne R3. Sind bin ich gespannt, wer die erste Karte trägt wird. Schlotterbeck. Nummer 2. Hüllkrug. Nummer... Ja, das ist jetzt... Hobel. Lacroix. Also diese Rewards sind geisteskrank schlecht, ne? Dreier Torzweck von Frau Ang Buschmann als Kommentator. Einer stellt, hoffe, da kommt Müll. Ich ziehe nichts, ich gönne nicht mehr. Ja, er zieht selber nichts, er gönnt keinem. Okay, Freunde. 3, 2, 1. Bitte gib uns diese französische Flagge. Französische. Goretzka. Was ist das? Oh. Hä? Chat, wer ist das? Ey, das ist geil. Diese 11 Siege-Rewards sind so verkrackt, Alter. Ey, diese 11 Siege-Rewards, das ist so geisteskrank, Bro. Javi! Oh mein Gott, Junge. 11 Siege. Oh, Frimpong, Junge. Ich hab vergesst, das Intro zu machen, Chat. Wir haben jetzt 16 Siege-Rewards. Und ziehen wir aus dem ersten 84 plus Frimpong, Alter. Wir haben natürlich Kabel. Danach geht's weiter mit, ich glaube, das ist Füllkrug. Danach geht's, jetzt kommt Safe. Oh mein Gott! Die liegt. Oh mein Gott, die liegt. Oh mein Gott, shit. Was? 1,8 Millionen. Oh mein Gott, ich kann das nicht mehr. Oseala Benni, hier. Oh mein Gott. Das ist hart. Wenn ihr lasst, ist es genau von oben rein und geht von unten raus. Das war sehr hart. Wahler, seid ihr best. Wir sind morgen um 20 Uhr wieder online, okay? 20 Uhr. Harte, chat. Bis zum nächsten Mal.